hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei resident evil 3 das remake schönen dank an die leute die das letzte video gesehen und bewertet haben das hilft uns und dem kanal auf jeden fall weiter und wir sind an dem punkt wo uns letztes mal die und dies erschreckt haben und uns die kehle durchgebissen haben ich lade mal nach und ging es doch mal da vorsichtig vor ich höre sie ich höre sie kommt her ihr hunde kommt 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 vorsichtig das sind 123 nein einer ist durchgekommen weg mit ihr ok ok wo ist der oh mein gott ok so haben wir nachgeladen ja ja bleibt bitte da wo ihr seid ja ok hat sie ja irgendwas wo wir noch finden mitnehmen können wir müssen noch wir müssen noch die flinte soll ich zurück die flinte erst holen da ist die kiste ein erster hilfespray schitte ich muss noch mal kurz das durchlesen kräuterfeld handbuch grünes krauten rotes kraut ok dann machen wir mal folgendes kombinieren mit dir und dann haben wir hier nämlich platz frei schön aber jetzt schauen wir mal noch mal zurück können wir nehmen das auch gleich mal ich guck mal ob ich zurückkomme ihr bleibt bitte da wo ihr seid so ich möchte die flinte haben das heißt wir gehen nämlich jetzt hier zurück ich hoffe wir kommen zurück eigentlich ja ok hier war die flinte nicht mehr müssen daran und dann müssen wir da hoch wir können keine leiter klettern ja ihr könnt keine leiter klettern wir haben das so besprochen warum stehst du schon wieder ich habe dich doch eigentlich getötet im fuß schießen bringt nichts alter wie eklig ist das denn und die kombination sollte man noch finden das will ich doch noch mal da unten schauen da habe ich mich gar nicht so richtig umgesehen geht das war da drinnen ihr seid alle tot ich habe euch alle getötet du bleibst tot und du auch ok kann man noch nicht öffnen alles klar gut dann machen wir jetzt das hier auf dann haben wir eine flinte benutzen einen flinte für tür okay vier von vier so ok leider haben wir noch keinen schlüssel und die kombination haben wir auch noch nicht ich hasse euch ist ja das und dann noch mal einer so ok mal kurz was schauen wir brauchen das noch okay die kombination wenn der jetzt wieder da steht dann drehe ich durch das gibt es doch nicht darf doch nicht wahr sein dass die kombination ok schon mal da drinnen noch mal kurz rein da steht nichts drauf da steht die kombination das muss ich mir auch frei eine sekunde ich brauche ein stift und platt papier das schreibe ich mir jetzt auf 9 links 9 links 3 rechts und 7 links jetzt gehen wir zurück und machen den auf 937 ok ich habe noch gewusst dass man das nur dass man dann noch mal durchlaufen und vielleicht ist da drin ja dann der wie heißt die dietrich wenn da jetzt wieder einer steht dann weiß ich auch nicht so drehen so 9 links das war schon mal falsch noch mal 9 links ok das war nichts okay noch mal dich nein ich drehe mal falsch rum ich hoffe das stimmt zu ja wohl und was haben wir was haben wir was ist das ein leuchtpunkt visier pistole ja kombinieren na super dietrich wilmel immer gewesen ok dann haben wir dann jetzt auch wunderbar so dann können wir eigentlich weiter gehen ihr wisst ja wenn wir den dietrich finden ja dann heißt es wo müssen wir dann eigentlich dass wir das habe ich gerade irgendwie den faden verloren das würde alles nur mal durchgehen müssen da war ja die feuerwehr ich kaufe die hunde da müssen wir bestimmt durch so langsam 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 ich habe es gewusst das war ein direkter schuss in kopf es geht mir die munition doch langsam aus und okay da liegt gut nehmen wir mit eine handgranate und was haben wir hier drin flinten munition sehr schön du schleißt dich von hinten an ich hasse euch alle alter wirst du nicht gerade umkippen okay okay jetzt nehmen wir mal nehmen wir mal was anderes hier in die hand da da war wieder ein rotes fass ich hätte wohl auf das rote fass schießen sollen jetzt schießen wir natürlich nicht mehr drauf ne so okay halt okay weiter ich will noch mal schnell schauen auf der karte donut laden ist immer noch roh der donut laden wir gehen noch mal rein in den donut laden die tür das kriegen wir nicht auf ok dass wir mal gucken können wir was verstauen wir haben eigentlichen platz frei wir könnten auch folgen folgendes machen ne das geht nicht ok aber wisst ihr was ich speicher mal ab so und dann wäre es mir recht wir würden rauskriegen wie wir da rein kommen in die tür hier da muss es lauter karte ne 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 Schießpulver. Apotheke? Haben wir auch noch was vergessen? Aber in die Apotheke kommen wir über den Donutladen. Also hier müssen wir eigentlich fertig sein. Ich gehe nochmal in die Apotheke. Ich finde gerade den Weg nicht. So, was haben wir denn? Ah, da ist sie versteckt. Inventar ist voll. Ich hasse es, sowas zurückzulassen. Okay, wo geht es weiter? Da kommen wir nicht weiter. Ach, ja, 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 ja. Warte. Bahn, Büro, haben wir fertig. Okay. Ich glaube, wir müssen da nochmal rein. Komm, halt. Ja, ich glaube, ich weiß, ja, ja, ja. Ach, na klar. Und er hört sowas. Und du bleibst liegen, ja. Da können wir nichts machen, oder? Können wir jetzt was machen? Nee. Okay. Dann war doch hier. Ich finde den Weg gerade nicht. Ich werde sagen, wir machen hier dann auch an der Stelle Schluss. Ich schau mal, dass ich den Weg wieder finde. Irgendwie bin ich total gerade nicht auf dem Laufenden. Ich bin doch irgendwo zurückgelaufen. Aber wo war das? Ja, so könnte es auch mal im Let's Play sein, dass man einfach den Weg nicht mal findet. Ich meine, es wird jetzt nicht mal viel passieren, die, wo jetzt nicht weiter mit zuschauen möchten, können, abschalten. Und der Rest kann ja auch dranbleiben und schauen, ob ich den Weg finde. Ich möchte eigentlich nur noch den Weg finden, wo es weitergeht. So, wir gehen hier nochmal zurück. Ist ja, ich glaube, was ist eigentlich da hinten? Chim scraps, okay, nur nicht abschalten. Ja, nee, das ist das hier. Hätten wir uns auch eigentlich alles sparen können. Und dann einfach nur hier hoch sollen. Aber wir haben ja einiges gefunden dadurch. Okay, wir gehen jetzt mal hier. Du bleibst bitte liegen. Das steht so im Drehbuch. Da sind Klimaanlagen, okay. Dann da lang. Plötzlich da auch liegen. Du auch. Da ist der Feuerwehrschlauch. Sehr schön. Ich glaube, wir sind wieder auf dem richtigen Pfad. So, okay, das ist immer wieder richtig. Sehr schön. Okay, lass mich mal schauen. Wir tun auf jeden Fall mal vielleicht das hier zurück. Dass wir einen Platz frei haben. Und dann geht es hier durch. Und hier waren unsere lieben Hunde. Okay, wir sind wieder auf dem Pfad der Tugel, wie es so schön heißt. Und ich nehme an, dass wir jetzt hier dann an dieser Stelle die Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen, für eure Geduld. Und wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und vergisst nicht die Bewertung dieses Videos, dieses Projektes. Das hilft uns alle weiter. So meine Freunde, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.